yo hi pyrus ich hab den id prospekt für euch es scheint id süd zu sein ja die erste seite die können wir mal getrost überspringen wir glücksbringer tischbombetten ja ein bisschen knicklichter und riesen wunderkerzen kommen wir zur ersten seite pyro superstars und party fifa haben wir hier unten das avalon auch als cobra bekannt in id nord bzw ganz normalen id dann hier das ivanhoe das sind die highspeed bombs beziehungsweise auch targa ist ja alles das gleiche 9,99 kaufe empfehlung viel glück hat mittlerweile acht raketen ich hoffe mal dass der preis hier richtig angegeben ist mit 9,99 weil die waren so schon sechs raketen für 8,99 waren schon geil und jetzt habt ihr zwei mehr ja doch zwei mehr und zeiten euro mehr also definitiv eine kaufe empfehlung packt ein das teil mehrmals dann aber hier lollipop das ist neu zumindest gab es das beim id nord noch nicht ich denke mal dass die nord das auch haben wird ja ihr habt hier zwei vier zwei vier sechs raketen ja für 4,99 dann habt ihr noch ein paar brummkreise aufstiegseffekte hier unten sind ja keine ahnung müsste ich mich jetzt nicht darauf festlegen also vielmehr kann ich mich nicht darauf festlegen ihr habt hier röhle ist noch an den seiten knallerbsen fontänen also das könnt ihr definitiv mitnehmen gerade wenn ihr ein kleines budget habt oder nicht viel ausgehen wollte aber viel zünden wollte ja das ist ein super selbst wenn die keins der leger haben wie gesagt also super teil dann lancelot auch bekannt als indianapolis im aldi nord ist auch super teil ihr habt 18 raketen für 18 euro perfekt kamelot oder camp not wie man es ausspricht weiß ich nicht so genau auch bekannt als goliath ja ist ein sehr effektives premium raketen sortiment ihr habt hier diamant sonne acht raketen glaube ich zwei vier sechs acht oder neun ja zwei vier sechs acht neun ja neun teilweise mit dreifach schlag effekt und ja die sind einfach geil muss natürlich jeder selber wissen ob er dafür bereit ist jetzt 19 euro zu zahlen weil ihr kriegt dafür schon deutlich andere sets die halt auch sehr voll sind im gegensatz zu denen aber ja dann habt ihr hierfür vor 0 uhr auf jeden fall ja für die die ein bisschen rumböllern wollen dynamite bag 1,99 macht man nicht viel verkehrt eigentlich daneben haben wir eine kaufempfehlung die sky shots oder auch fantastic four so heißen sie hier vier euro für vier bombenohre 28 20 mm kaliber haben die glaube ich da macht er nicht viel falsch gleiches geht für die double power ja oder auch double flash das sind ja richtig geile bombenohre auf dem hause beko die könnte euch auf jeden fall auch mehrfach mitnehmen richtig geil ihr habt viermal den gelben hier dreimal den blauen und dreimal den weißen haben unterschiedliche effekte darf nicht fehlen auch gerne für vor 0 uhr kubische kanonenschläge 15 stück ja kann man mitnehmen die sind eigentlich auch ganz cool das sind ja vom beko letztes jahr hatten sie ja komet oder war es doch letztes jahr ja man kann natürlich auch 3 3 3 6er packs aus dem video mitnehmen für jeweils 1,93 dann habt man 18 stück und zeit noch weniger ja aber wie gesagt ich kann auch nichts falsch machen selbst wenn ihr jetzt da 15 stück sechs euro zeit die sind super teile also meine waren immer super dann haben wir hier das jackpot auch als feuerflieger glaube ich in all den ort bekannt ja auch für vor 0 uhr die römische lichter paar fontänen böller aufstiegseffekte knallfrische in der höllen zauber vulkane ist ein super set für vor nur definitiv dann kaufe empfehlung auf jeden fall die magma vulkane beziehungsweise magma monster ja super teile 9 euro macht ja nichts falsch könnte natürlich auch beim all die nicht beim idl die ganz normalen weko pink stars oder einer pustier jetzt heißt und die ganzen anderen vulkane art of light ja ebenfalls wie das vollefeger was wir vor nur zum warm zündeln er hat definitiv kann man da nichts falsch machen ihr habt hier diverse sachen rülis vulkane meteoriten sind dass sie glaube ich hier so eine geile fontäne dies ganz cool mit schoko heißt die hier glaube ich und endlich ist weiter also das ist ein super set ja ebenfalls super set an sich ist eigentlich auch das supernova ist natürlich mit 30 euro etwas ja hoch angesetzt aber wenn er war unterrechnet ihr habt die 246 18 12 13 artikel und jeder ungefähr zwei euro da macht er eigentlich nicht viel falsch ja natürlich ist nicht jeder bereit das zu zahlen ist klar ich selber auch nicht ich hole mir dann wie gesagt auch hier lieber das jackpot bzw feuerfeger oder ditte hier ja kommen wir zu der pegasus für 2,99 daneben haben wir die eruption oder eruption für drei euro dann haben wir hier was für vier furore gesorgt hat die artus weil sonst ist ja immer die preisen artus glaube ich beim id sieht bei euch ja jetzt ist die preisen selbstständig drin unter den ganz normalen namen preisen für vier euro definitiv eine kaufe empfehlung dass hier oben die artus muss man noch abwarten ich habe jetzt noch kein video gesehen aber ich schätze mal das wird auch ein super teil eigentlich sein ja dann haben wir hier die tristan 4,99 ja kommen wir zur van gogh oder auch uranus für 6,99 mittlerweile seit ewigkeiten im sortiment also ja wer es mag kann sich die mitnehmen ihr habt auch zerleger teilweise drinnen ja daneben den drachenzauber kenne ich selber nicht hier unten habt ihr die wie heißt sie hier parzivan parzival keine ahnung ist die happy sky auf jeden fall für 6,99 wer es mag kann sich mitnehmen ihr habt hier teilweise zerleger aber größtenteils halt leuchtkugeln ja ups dann haben wir hier die big boom bastik kenne ich selber auch noch nicht sieht aber auf jeden fall geil aus 20 20 schuss oder 28 20 schuss für zehn euro würde ich mir vorher video angucken ich kenne sie wie gesagt nichts ich sage dazu jetzt nichts bevor ich was falsches erzähle daneben die copernicus auch kennt man schon kommen wir hier zur nächsten seite wir haben hier die galaxy oder galaxy zweimal 100 schuss batzen das ist zweimal die wie heißt sie im nidl power box oder box power irgendwie so ihr wisst was ich meine dann die heavy metal reloaded ist ein geiles teil ist eine kaufe empfehlung meinerseits widget 104 schuss 13,99 ja erwartet nicht so viel rockstar würde ich mir an eurer stelle auch vorher anschauen ist aber so von den effekten gefällt sie mir ja könnten natürlich kräftiger zerleger sein aber was will man erwarten bei 56 schuss für 13,99 also es ist für den preis auf jeden fall gerechtfertigt meiner meinung nach jeder hat eine andere meinung dann haben wir hier die eternity wegen der muss ich jetzt nicht lachen eher wegen was anderem hier auf der seite ja 15,99 daneben die barracuda wissen auch geiles teil schöne effekte geile ausbreitung wird persönlich aber dann doch eher zur black ice greifen aus dem lidl ja dann haben wir hier die gladiator oder auch excalibur und wie auch immer sie noch heißen mag stehen lassen alle dreieinhalb sekunden circa ein schuss die effekte sind zwar cool und der zerleger ist auch geil sowie die ausweitung aber das ding schießt einfach zu langsam das schießt seine 36 schuss in zwei minuten raus also ne lasst liegen das teil ist es auch traurig wenn sich die leute teilweise fünf sechs mal einpacken habe ich letztes jahr gesehen ne lasst liegen dragon feier ja 20 euro daneben die blowout von 20 kenne ich selber nicht kann ich nichts zu sagen brenndauer 70 sekunden ja es hat auf jeden fall irgendwas mit 400 gramm effektmenge und ja ich erkenne die schusszeit nicht sorry kommen wir zu den verbünden ihr habt hier oben den midnight hunter da habt ihr drauf eine alligator eine power box und eine poison darunter habt ihr den iron heart da habt ihr eine poison der happy sky und alligator drauf dann kommen wir zum feine showdown ja da kann ich jetzt nichts zu sagen ich erkenne den preis nicht ja der dreamcatcher verbund für 30 euro ja mehr werde ich dazu nicht sagen sky of diamonds den euphoria die hier hinten auf jeden fall richtig fette hohe hat 100 euro dann haben wir hier unten den crown of light ihr habt ihr acht verschiedene batzen drauf montiert ja halte ich nicht viel von ja dann sind wir auch schon durch habe ich jetzt nicht gedacht dass wir schon durch sind ja da bedanke ich mich an dieser stelle auf jeden fall fürs zusehen lasst mir doch ein abo da wenn ihr noch nicht abonnent meines kanals zeit lasst doch gern ein abo bei meiner freund samantha da die lädt gameplays hoch und ja macht das eigentlich ganz gut und ist auch recht aktiv im moment ja dann sehen wir uns auf jeden fall im nächsten video wieder wenn es darum geht ein prospekt vorzustellen wie gesagt danke fürs zusehen und wir sehen uns nächsten video wieder